Auch schon in der WB-O-Bans, Alter. Was ist los bei den Leuten? Nehmen auch schon die hier fucking Ash. Ja, ja. Olaf ist Bot-Side. Der ist mich auch angeflasht. Eventuell bin ich hier jetzt sogar tot. Ja, wir können ja nicht machen. Ah, shit. Ja, der ist drauf. Das ist so gut, das ist so gut. Oh ja, das wird schmecken. Der hat keinen Flash. Tschüss, Porsche. Ehrlich. Dankeschön. Brauchst du mich? Ansonsten muss ich die Bot-Lane. Kannst du machen, was du willst. Oh, Olaf wird aus Base Top-Side sein, wahrscheinlich? Oh, hä? Die Troll doch. Okay, ich habe jetzt Old Up, Old Up, Old Up Top-Side sein wahrscheinlich. Oh, André. Da ist mein Conqueror-Prock, jawohl. Ich habe Old Up, wenn Logan nicht ist. Nee, nee. Nehmen auch hier. Keine Mahna mehr. Scheiße. Ja, keine Cookies, keine Mahna-Proben macht das bemerkbar. Ich glaube, der ist... Oh, die Rainfree ist schon wieder... Nee, Olaf ist gar nicht da. Ja, ja, Olaf ist immer noch top. Brauchen wir die Angst. Olaf wird sich jetzt wahrscheinlich runter-jungeln. Also in der nächsten Minute. Seid ihr Gang anfällig. Ich habe jetzt Jungle-Item. Ich bin ziemlich stark. Olaf hat noch für zwei Minuten keinen Flash. Oh mein Gott. Aber ich glaube, der hat noch... Ja, ja. Nee, Pässe hat er nicht mehr. Aber dem noch hier. Okay, okay. Boah, das ist... Wenn man da den Darkhavestack drauf sieht, ey, das... Das kitzelt. Nee, Six. Vielleicht kann ich da mit der Ult noch mal machen. No, aber Olaf könnte jetzt auch Bot-Sut sein. Also okay. Aber ich kann auch schnell runter-rimmen. Ult mal, Ult mal. Ja, ja. Ich ulti. Leblanc könnte auch runterkommen. Leblanc kommt runter. Was war das gerade? Oh, er ist... Oh mein Gott, das war so smart. Das war Guardian-Prock. Ich komm runter. Der hat keinen Flash. Er ist ein bisschen tot, glaub ich. Oh mein Gott, das sind die... Wow. Er hat in die Vein rein geflasht und Guardian geprockt. Viel zu bad, man. Dann hat er wieder Hooker. Uiuiuiui. Ja, der sollte eh tot sein. Ja, der ist tot. Ah, wir können die Waves lassen. Nice. Eine Minute. Oh. Die geht sogar Stormraiser. Dann werden wir ja jetzt sehen, wie gut Stormraiser wenig ist. Redix steht hier. Der Redix steht halt nicht mehr. Jetzt war die Passive. Nice. Ich geh hier für Drake jetzt. Olaf ist hier unten. Der kommt dabei Mitte. Ja, wir haben Push. Ja, Olaf muss Base. Oh, ich schick ihn sogar Base. Ja, er muss auf jeden Fall Base. Ja, es war auf jeden Fall das Passive steht. Aber das ist dann echt frisch wieder abgekommen. Jetzt hatten wir davor erst geprockt. Ah, Udi. Da, da hast du dich nicht Hooken lassen. Drake ist Rear auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, welche Map es wird. Ding, 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 ding. Cloud. Oh, das ist ein Sand für mich. Da habe ich meinen Prince of Mind wieder. So, jetzt haben wir das Ding mit dem Blade. Mal gucken. Ich habe Ult aber auf jeden Fall. Wenn irgendwas passiert, da kommt die Cardus Ult zum Hilfen. Aber zum Beispiel in dem All-In, wenn die Jender stirbt. Wie viel brauchen das bis das Prockt sofort, wenn ich alleine bin? Oder dauert das mal der Grund? Ich glaube, das sollte sofort gucken, oder? Aber da... Da ist halt noch so 1v2 Potenzial, wenn ein Supporter stirbt. Weil hier in dem Matchup wird ja wenn, dann nur die Jender gehookt und getötet. Weiß ich nicht, weil ich von diesem Harald halten soll. Ja, das ist ein schöner Syracuse Harald. Gefällt mir. Was ist Base? Olaf war topside hier auf jeden Fall. Ja, für Turret-Plating ist das halt nice, ne? Wenn du die Gegner Base forst, du machst halt so viel Damage am Turret. Ich habe immer noch Ölt ab. Es geht um die Anzeige der Ginge. Äh, das ist richtig, ich bin dumm. Was meinst du, wo ist der Olaf? Okay, tot. Tot. Sehr nice. Ja, das war gerade Game-Vinion. Kriegen wir gerade auf jeder Lane den Turret. Abort wird schwer, wenn wir gerucht werden. Aber ich komme jetzt auch runter. Olaf könnte demnächst auch da sein. So, kleine Ulda. Die haben wir schon mal. Sehr gerne Mana-Floorband. Ich setze ihn mal hier kurz. Ja, jetzt zum Beispiel progt ja sogar Sanguine Blade. Also jetzt gerade ist es sogar ab, obwohl die, obwohl die da zu zweit sind. Weil sie nicht in Range sind. Das heißt, jetzt habe ich halt echt ziemlich nice ein Sestayn. Das ist schon geil. LeBlanc hier. Hat keine Kneize, soweit ich weiß. Seraphs ist auch da. Aber Olaf auch. Ah, fuck. My bad. Ich hätte einfach anflashen, sondern nicht da beide gekillt. Dann wollte ich wieder zu viel. Wenn ich ein Q mehr treffe, dann sind alle Turret. Ah, so close. Das wäre sogar triple kill mit Uld. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ah, wenn ich da committe für das Play, dann muss ich auch flashen und beide zutreten. Das war ja gut. Olaf könnte oder wird wahrscheinlich auch wieder direkt vor Zeit kommen. Wäre gut, wenn wir den bisschen rauspullen. Soweit wie es geht am besten. Können wir uns gleich auch unter dem Verstecken. Olaf ist da oben. Oh, was? Ich habe keinen Smiteds mehr. Oh mein Gott. Der Dragonaut attack. Oh. Das ist bad. Oh mein Gott. Der Olaf, der wird scheiße. Die sind low. Die sind wichtig. Ah, ich habe es so getreut. Oh shit. Jetzt hängt Greenblade auch auf Cooldown, wenn jemand im Busch ohne Vision ist. Ne, 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 ne. Nur wenn du ihn siehst. Komm auf. Nice one. Nice one. Die Vayne ist bis Outplay gegangen. Sie wurde Outkartus. Actually hatte Jenna und die in meine Q geschossen. Das war schon stabiles zu machen. Ich geh back für Rabatdor. Ich hab's jetzt auch. Ich hab's jetzt auch. Direkt für Harald gehen. Wenn wir den dann noch kriegen, nochmal einen Turret. In den halben. Beschleunigen wir das Spiel. Ah, der würde eventuell Harald uns nicht machen. Ich glaub gar nicht, das hat er schnell genug gemacht. Ich hab jetzt auf jeden Fall einen richtig starken Power Swag. Das sieht man. Tötet der mich einfach? Ich glaub da nicht dran. Ja. Ja. Ja schon. Schau noch Passiv da. Ja. 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 Vane ist tot. Ja. Vane ist tot. Ja. Vane ist tot. Ja. Das ist mal eine offensive Ultimate. Nein. 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 Boah. Oh. Ne da kommt noch keiner. Wie so ne Zombie Runde hier. Ja. Nice. Einmal mal Stübis.